Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite Gegenstandshop vom 16.11.29. Ich würde sagen, Freunde, wir checken jetzt den Gegenstandshop aus und gucken, was wir heute am Start haben. Let's go, meine Freunde. Was ist heute am Start? Wir checken erstmal die Pakete aus. Die Pakete sind... Lasst mich nicht irren. Alle noch neu. Jetzt hier unten auf jeden Fall. Also oben sind alle gleich. Unten ist neu, oder? Oder ist mir das jetzt erst neu aufgefallen? Nee. Ich glaube, das Crew-Paket sollte neu sein, ne? Moment, wir haben hier Protokoll, blablabla. Ach, keine Ahnung, Freunde. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ist das Legacy-Set neu, beziehungsweise das Fortnite-Crew-Pack neu? Oder war das schon davor da? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das Bild hat sich vielleicht geändert. Ansonsten unten ist alles gleich geblieben, wie immer. So, wir haben zwei Emotes, und zwar Trommel-Solo und Schrullig nach einem Monat wieder am Start. Dann, meine Freunde, schauen wir uns die anderen Emotes an. Mein Idol ist nach 40 Tagen wieder zurück. Und diese Emote ist nach 70 Tagen wieder zurück. Dann geht es einmal weiter, und zwar zu den beiden Skins hier. Die sind beide nach einem Monat zurückgekehrt. Wie ihr gerade im Hintergrund sehen könnt, an sich keine besonderen Skins. Dann geht es einmal weiter hier zum Schatten-Paket. Und zwar ist das ganze Schatten-Ruby-Paket nach 37 Tagen wieder in den Shop wiedergekehrt. Dann haben wir nochmal Adeline am Start. Adeline ist nach 35 Tagen wieder zurück. Meiner Meinung nach kein besonderer Skin. Und zu guter Letzt haben wir hier Spee-Veteranen am Start. 1200 V-Bucks, zuletzt vor 40 Tagen drin gewesen. Recon-Expert ist wieder zurück. Kann man auf jeden Fall gerne mitnehmen. Und das, meine Freunde, soll es auf jeden Fall im Großen und Ganzen schon mit dem Video gewesen sein. Heute nichts Brisantes, Seltenes drin. Aber Recon-Expert ist da. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Sollte man besitzen. Ich würde dann sagen, Freunde, wir sehen uns dann soweit im nächsten Video. Haut rein, gehen wir mit euch, euer Frems. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.